Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griefer Games News Leute. Heute soll es erstmal darum gehen, dass Abge gesagt hat, die hatten vor kurzem wieder ein Bug mit Duplizieren Leute. Ihr fragt euch jetzt, wo das Abge gesagt hat. Er hat es im Live-Team gesagt, der hat irgendeiner, was ihr spendet, umgefragt. Ja, gibt es eigentlich immer noch Duplizierung oder so? Da hat ihr gesagt, ja wir hatten vor kurzem wieder Probleme mit Duplizierung. Also es kann gut sein, dass da jemand irgendwie wieder was Dupliziert hat oder dass dieser Bug, ähm, dieser Bug wurde jetzt schon vom Team gefixt, Leute, natürlich. Ähm, ja, mehr muss man, kann man dazu eigentlich nicht sagen, also. Denn, Leute, Graf Bonze wurde ja gegrieft. Aber, ich frag mich so, Zwivergesicht, ähm, ist ja in mein IW und Graf Bonze, er grieft sich im Prinzip selber. Aber, der Sinn, Leute, der hinter, dieser Sinn, ähm, ich frag mich aber im Ernst, es hat halt natürlich wieder für Abge sehr gutes Clickbait gebracht, keine Frage. Und jetzt hat, ähm, der Graf Bonze Account hat jetzt ein 290er Merch bekommen, Leute. Ein 290er Merch, das ist absolut behindert, wie viel, wie groß es ist, Leute. Leute, die größten Clans of Google Games haben gerade mal ein 100er Merch. Also, ihr wisst jetzt schon diese Dimension und der alleine. Na gut, ist, ist jetzt zwar Zwivergesicht, sein Account, denke ich jetzt mal, ist eine Vermutung von mir. Nachweisen kann man das jetzt nicht, aber, ich denke es jedenfalls mal, wer soll es denn sonst spielen, Leute. So, dann haben wir mal noch eine ganz aktuelle News. Und zwar wurde jetzt der YouTuber-Rang, den man sich ja früher mal im Shop kaufen konnte, rausgenommen. Und alle, die diesen Rang haben, wurden auf Legende abgebildet. Gratis, obwohl das genau die gleichen Rechte im Prinzip sind. Und den YouTuber-Rang, also den ohne Plus, bekommt man jetzt schon ab 5000 Abos, wenn du 15.000 Klicks im Monat machst und bekannt bist und guten Griefergames-Content machst, der dazu passt. Was ich persönlich eigentlich sehr cool finde, weil man damit kleinere Griefergames-YouTuber unterstützt. So, jetzt kommt aber das Highlight, Leute. Wir wissen jetzt nicht, welche Rechte dieser YouTuber-Rang hat. Ich denke mal, er wird höher als Griefer sein und wird vielleicht noch Fly oder sowas haben. Jetzt fragt ihr euch, hm, ab wann ist denn aber YouTuber-Plus? YouTuber-Plus gibt es ab 30.000 Abos. Mal zum Vergleich, Leute. Auf Gomme kriegt man einen YouTuber ab 10.000 Abos mittlerweile. Also da hat Upgrade wirklich schon ein Ziel gesetzt. Also da sind nur größere Griefergames-YouTuber. Wie Subtor, denke ich mal, wird sein YouTuber-Plus behalten, weil er den ja schon lange hat. Und Ripex wird den sicherlich bekommen oder bleibt er halt Developer. Aber allen anderen größeren YouTuber, die auf Griefergames aktiv sind. Wird er diesen Rang geben, Leute. So. Dann habe ich euch ja schon mal in der letzten Folge von Zwergesicht seinem Schatzkisten-Event erzählt. Das hat er jetzt mal wieder wiederholt. Und zwar von CDBit12 bis CDBit1. Und zwar auf dem Vierer-Merch. Wenn ich mich dort nicht gehört habe, Leute. Da hat er Kisten hingebaut und so. Das, denke ich mal, hat er auch von Upgrade gesponsert bekommen. Weil der auch neulich wieder 4 Millionen auf der Bank hatte. Obwohl er davor in seinem Stream gerade mal so 2 Millionen hatte. Also ich denke mal, der hat das gesponsert bekommen. So. Jetzt kommt aber die beste News des Tagesstilte. Es soll wieder ein Bot auf Griefergames kommen. Und zwar am 24.03. Wo man seine Beacons für 32k pro Stack verkaufen kann, Leute. Das ist absolut heftig. Und dann soll er noch für eine Woche der Admin-Shop bestehen. Aber dieser Bot wird nur ein Tag drin sein. Ich denke mal, das wird auch nur ein bestimmtes Limit sein. Was der annehmen wird an Beacons. Und danach werden die den abschalten. Aber gerade kaufen schon wieder alle wie verrückt Beacons, Leute. Weil keiner mehr welche hat. Ich habe selber hier nur ein paar Grad. Weil ich auch ein bisschen am kaufen war. Und ja, Leute. Das war es eigentlich auch schon wieder für eine News-Frage. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo gelassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.